Nachdenkseiten Die kritische Website Nord Stream Sprengung Neue Enthüllungen bringen die Bundesregierung in Zugzwang Von Jens Berger Die jüngsten Recherchen des Wall Street Journals zur Sprengung der Nord Stream Pipelines sollten eigentlich in Deutschland wie eine Bombe einschlagen. Wenn die Enthüllungen zutreffen, wurden die Pipelines nicht etwa von Hobbytauchern ohne Wissen der ukrainischen Regierung gesprengt, wie es deutsche Medien und auch die Bundesregierung bis heute behaupten. Geplant wurde der Anslag, laut Wall Street Journal, vom damaligen Oberbefehlshaber der ukrainischen Streitkräfte und auch Präsident Zelensky hatte der Operation grünes Licht gegeben, soll seine Zustimmung aber angeblich später wieder zurückgezogen haben. Erweisen sich die Recherchen als korrekt, hat die Bundesregierung nicht nur in diesem Punkt einiges zu erklären. Es kann ja nicht sein, dass einem Land, das einen kriegerischen Akt gegen die deutsche Infrastruktur ausführt, Waffen und Geld im Wert mehrerer Milliarden schenkt. Für weitere Unruhe im Fall Nord Stream könnte ein Interview der Welt mit dem ehemaligen BND-Chef August Hanning sorgen. Der macht nämlich auch unserem Nachbarn Polen schwere Vorwürfe und ist überzeugt, dass Polen direkt in die Anschläge verwickelt ist. Die Vorstellung, dass sechs ukrainische Hobbytaucher ohne Wissen, Unterstützung und Billigung staatlicher Stählen im September 2022 mit einer Segeljacht nach Bornholm schipperten und drei der vier Stränge der größten und wichtigsten Gaspipelines springten, hielten die Nachdenkseiten von Anfang an in dieser Form für wenig plausibel. Doch genau das ist die Geschichte, die der Öffentlichkeit seit über einem Jahr von deutschen Medien erzählt und die auch von der Bundesregierung immer wieder vorgetragen wird. Eine der Fragen, die nun zu beantworten sind, ist, ob und ab welchem Zeitpunkt die Bundesregierung wusste, dass diese Version nicht der Wahrheit entspricht. Die Recherchen des Wall Street Journal erzählen nämlich eine in Teilen gänzlich andere Geschichte. Demnach hatten im Mai 2022 einige hochrangige ukrainische Offiziere und ein Oligarch die Idee zu einer Sprengung der Pipelines gehabt. Diese Idee wurde dann an den obersten Befehlshaber der ukrainischen Armee, Valery Salushny, herangetragen, der die Anschlagpläne fortan koordinierte. Präsident Zelensky habe dem Anschlagsplan zugestimmt. Das Wall Street Journal beruft sich dabei auf gleich vier Quellen, die allesamt laut Wall Street Journal am Anschlag beteiligt bzw. in die Planung involviert waren. Doch bereits im Juni gab es offenbar das erste Problem. Der niederländische Auslandsgeheimdienst MIVD hat Wind von den Anschlagsplanungen bekommen und sowohl die CIA als die deutschen Dienste davon in Kenntnis gesetzt. Und hier kommt ein zweiter Wunderpunkt der offiziellen deutschen Erzählung, die zwar, ohne Details zu nennen, bestätigt, dass es eine solche Warnung der Niederländer gegeben habe, diese aber nicht ernst genommen wurde. Das ist insofern doch sehr überraschend, da die CIA die Warnung laut Wall Street Journal so ernst genommen hat, dass die US-Regierung auf oberster Ebene Druck auf Präsident Zelensky ausgeübt hat, diese Pläne zu verwerfen. Angeblich habe Zelensky daraufhin seine Zustimmung zurückgezogen, doch Armeechef Salushny habe die präsidiale Order schlichtweg ignoriert und die Aktion weiterlaufen lassen. Letzteres kann man glauben oder nicht. Es klingt schon sehr nach einer Schutzbehauptung, die Zelensky aus der Schusslinie nehmen soll. Wie dem auch sei, wenn diese Behauptungen so stimmen, handelte es sich bei dem Anschlag um einen staatlich beauftragten, geplanten und durchgeführten Anschlag und eben nicht um eine Aktion von Hobby-Terroristen, von der die ukrainische Führung nichts wusste. Die Bundesregierung muss nun zudem beantworten, warum sie die Warnung der Niederländer angeblich nicht ernst genommen hat. Wenn die USA diese Warnung so ernst genommen haben sollen, dass man die Ukraine auf höchster Ebene förmlich gewarnt hat, warum kam keine derartige Warnung aus Deutschland? Hat man, anders als die USA, die Berichte der Niederländer wirklich nicht ernst genommen? Hat man das Risiko vielleicht sogar billigend in Kauf genommen? Oder hat man die Berichte ernst genommen, die Ukraine ebenfalls gewarnt und wurde dann von der Ukraine eiskalt hintergangen? Fragen über Fragen. Interessant ist, dass diese Fragen von den Medien gar nicht gestellt werden. Kann es sein, dass weder Medien noch Politik an einer Antwort auf diese Fragen interessiert sind, da diese unweigerlich die Unterstützung der Ukraine durch Deutschland infrage stellen würde? Der Anschlag auf die Nord Stream Pipelines war ein Akt von Staatsterrorismus, ein kriegerischer Akt, der sogar den Verteidigungsfall für die NATO ausgerufen hätte. Doch die NATO kämpft ja bekanntlich nicht gegen die Ukraine, sondern an deren Seite. Letzteres ist wohl auch vor dem Hintergrund der Pipeline-Sprengungen kaum mehr zu vermitteln. Doch der Wall Street Journal-Artikel wirft noch weitere Fragen auf. So kam es kurz nach den Anschlägen im Oktober zu einer weiteren Lieferung geheimdienstlicher Erkenntnisse der Niederländer an die USA und an Deutschland. Diese Informationen waren laut Wall Street Journal sehr detailliert und wiesen auch klar auf eine staatliche ukrainische Urheberschaft hin. Mit anderen Worten, die deutschen Geheimdienste wussten bereits kurz nach den Anschlägen, was nun das Wall Street Journal aufgedeckt hat. Haben die Dienste diese Informationen nicht an die Regierung weitergegeben? Haben sie die Informationen weitergegeben und die Regierung hat sie verschwiegen und in der Öffentlichkeit falsche Informationen gestreut? Aussagen nicht namentlich genannter hochrangiger deutscher Politiker legen dies laut Wall Street Journal nahe. Demnach habe man offenbar Angst gehabt, den öffentlichen Rückhalt für die militärische und finanzielle Unterstützung der Ukraine zu verlieren. Offen ist zudem, ob die genannten Geheimdienstinformationen an die zuständigen Ermittlungsbehörden weitergegeben wurden. Laut Wall Street Journal geschah dies aus Geheimhaltungsgründen nämlich nicht. Wenn das so stimmt, haben die deutschen Geheimdienste die Ermittlungen mit Vorsatz torpediert. Auch das wäre ein Skandal. Ein weiterer, in Teilen bereits bekannter Aspekt, der im Wall Street Journal Artikel eher am Rande auftaucht, ist die eigenwillige Rolle Polens bei den Anschlägen. So haben polnische Stellen das Sabotageteam nicht nur frei gewähren lassen, sondern auch sämtliche Ermittlungen deutscher Behörden torpediert. Mal wurden falsche Informationen gegeben, mal wurden die Ersuche der deutschen Ermittler ignoriert, mal wurden Beweismaterial wie die Aufnahme einer Sicherheitskamera im Hafen Kohlberg vernichtet. Das passt gut zu einer aktuellen Recherche deutscher Medien, die nun herausgefunden haben, dass die polnischen Behörden einen von deutscher Seite übermittelten Haftbefehl gegen einen namentlich bekannten Tatverdächtigen ganze 60 Tage nicht beachtet haben, nur um den Ukrainer, der seinen Wohnsitz offenbar in Polen hatte, dann in die Ukraine ausreisen zu lassen, die ihre eigenen Staatsbürger nicht ausliefert. Eine weitere namentlich bekannte Tatverdächtige postet derweil fröhlich auf Ex von ihren Urlaubsplänen. Man scheint sich sicher zu fühlen. Entweder die polnischen Dienste haben kein Interesse an den Ermittlungen ihrer deutschen Kollegen oder sie schützen die Tatverdächtigen aktiv, wie dem auch sei. Auch unser angeblicher Freund Polen hätte einige Fragen zu beantworten. Interessant ist in diesem Zusammenhang auch ein Interview, das die Welt gestern mit dem ehemaligen BND-Chef August Hanning geführt hat. Hanning geht einen Schritt weiter. Für ihn steht fest, Polen hat kein Interesse an einem Erfolg der Ermittlungen und das liegt natürlich daran, dass Polen in die Vorbereitung des Anschlags massiv involviert gewesen ist. Hanning begründet dies folgendermaßen. Ganz offenkundig waren polnische Dienststellen hier eingeschaltet. Und ich glaube eben nicht nur Dienststellen, sondern ich glaube, das war eine Verabredung zwischen den höchsten Spitzen in der Ukraine und in Polen. Und offenkundig hat ein ukrainisches Team den Anschlag ausgeführt. Und das ging aber nur mit starker und logistischer Unterstützung aus Polen. Denn solche Entscheidungen fallen nicht auf unterer Ebene, sondern das sind Entscheidungen, die auf höchster politischer Ebene gefallen sind. Und ich glaube, dass es hier Verabredungen zwischen Präsident Zelensky und Präsident Duda gegeben hat, diesen Anschlag auszuführen. Zitat Ende. Direkte Belege für diese Aussagen hat Hanning freilich nicht. Der Mann war aber immerhin zehn Jahre lang Chef des Deutschen Auslandsgeheimdienstes und steht nach eigenem Bekunden auch noch in gutem Kontakt mit Personen aus den Diensten und Ermittlungsbehörden. Seine Aussagen sind also mehr als eine Privatmeinung unter vielen. Je mehr Informationsfetzen ans Licht kommen, desto klarer wird das Bild. Doch die Erzählung, wonach zwei befreundete europäische Staaten sich zu einem kriegerischen Akt gegen Deutschland verschworen haben, passt natürlich nicht ins derzeitige politische Klima. Also verschweigt man sie lieber. Das ist eine Unglaublichkeit, wenn man bedenkt, welcher Schaden Deutschland, seinen Bürgern und seiner Wirtschaft durch den Anschlag auf die Ostsee-Pipelines entstanden ist. Mit großem Interesse dürfte man die Wall Street Journal-Recherchen sicher auch in London vernommen haben. Dort hatten erst vor einigen Wochen die beiden Versicherungskonzerne Lloyds of London und Arch vor Gericht die Zahlungen von Schadenersatz an die Pipeline-Betreiber abgelehnt. Ihr Argument? Der Anschlag sei kein Terrorakt, sondern könne nur von einem staatlichen Akteur durchgeführt worden sein. Daher greife, so die Versicherer, die Kriegsklausel, die die Versicherer aus der Haftung nimmt. Wenn die Recherchen des Wall Street Journal zutreffend sind, müssten nicht nur Lloyds of London und Arch für die Schäden nicht haften, sondern auch alle anderen Versicherer und Rückversicherer könnten sich auf die Kriegsklausel berufen. Der nächste Schritt wäre dann eine zivilrechtliche Klage gegen die Ukraine. Es bleibt also spannend. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Bis zum nächsten Mal.